Beckenbach ist auf Formen und Modellbau spezialisiert. Zwei und drei Komponentenwerkzeuge für die Glasumspritzung, für Dichtsysteme und Projektiltechnik gehören zu den Spezialitäten. Wir bieten ein Rundum-Sorglos-Paket von der Entwicklung bis zur Serie. Dazu gehören Moldflow-Analysen und die Abmusterung im hauseigenen Technikum. Mit unserem Maschinenpaar können wir fräsen, Spritzgießen, Senk- und Draht erodieren, Laserschweißen und vieles mehr. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Als Teil der Volport-Gruppe ist Beckenbach Ihr verlässlicher Partner für mehr Komponententechnik. Zukunft formen mit der Volport-Gruppe